Was ist ein Kieberer? Kieberer. Was ist ein Kieberer? Das Wort Kieberer bezeichnet im Wiener Dialekt einen Polizisten. Mit Kiebererei ist dann die Polizei im Allgemeinen gemeint und Scheißkieberer ist unter Menschen, die gerne Kritik an der Exekutive üben, eine nicht unübliche Wendung, die einem allerdings eine Geldstrafe einbringen kann. Kieberer kommen vor in meinem neuen Krimi Groschens Grab.